Ein internationales Event für die Jugend und das im Matchplay-Format. Die EMT, ausgetragen im Golfclub Sinsheim, ist deutschlandweit etwas Besonderes und war diesmal eine ganz besondere Herausforderung in der Kraichgauer Hügellandschaft unterhalb der Burg Steinsberg. Mit täglich 36 Loch bei 36 Grad an den beiden Finaltagen. Es war mega anstrengend. Klar, bei dem Platz ist es nochmal was anderes wie auf einem anderen Platz, weil es immer auf und ab geht. Aber durch die Organisation mit den ganzen Getränken und den nassen Tüchern war es eigentlich echt auszuhalten. Also das war mega gut gemacht. Die neunte EMT mit 107 Mädchen und Jungen aus sieben Nationen. Im Finale bei den Jungs der 16-jährige Ben Markmann vom Golfclub Bergisch Land und der 18-jährige Maximilian Reis vom Golfclub Mannheim-Vierenheim, die sich im Feld der 56 Jungen durchgesetzt hatten. Es war meines Erachtens die beste EMT, die wir bisher hatten, mit dem größten Teilnehmerfeld, mit den besten Scores, mit sehr, sehr spannenden Matchplays. Die Entscheidung bei den Mädchen eine Sache für die Spielerinnen aus St. Leon-Roth, die schon im Halbfinale unter sich waren. Im Finale die erst 15-jährige Paula Schulz-Hansen, im Vorjahr hier schon Vierte. Und die 16-jährige Olivia Bergner. Unter den Augen von Vorjahressiegerin Berenice Pronner ging die jüngere Schwester von Nationalspielerin Ava Bergner gleich in Führung. Aber Paula Schulz-Hansen kämpfte sich mit ihrer unglaublichen Länge vom Tee zurück. Olli hat nämlich ziemlich gut angefangen, auch mit Birdies. Und dann irgendwann ist sie auch auf Pass und Bogeys umgestiegen und dann war für mich die Chance da. Für das erste Highlight hatte Wolfgang Glawe gesorgt. Trotz Magen-Darm-Problemen und einer Nacht ohne Schlaf spielte er in der Zählspiel-Qualifikation eine 64. Platzrekord. War eine richtig gute Runde, war meine beste Runde meines Lebens. Ich meine, die Umstände waren jetzt echt schlecht eigentlich, aber war echt eine gute Runde. Im Matchplay der besten 32 waren dann andere erfolgreicher. Allen voran die beiden Finalisten, wo Ben Markmann sofort das Kommando übernahm. Kurz zuvor hatte er mit dem Team aus NRW den Länderpokal gewonnen und war jetzt souverän durch die vier Matchplay-Runden gekommen. Aber Maximilian Reis blieb dran, nahm jede mögliche Abkürzung und hielt mit solchen Putts den Anschluss. Von Nervosität beim 16-Jährigen keine Spur, während Reis seine Ausflüge nicht immer kompensieren konnte. Mit einem finnischen Style machte Ben Markmann bereits auf der 15. mit 5 und 3 den Titel klar. Erster großer Sieg bei einem Einzelturnier. Das ist atemberaubend. Also ich bin wahnsinnig stolz und gut. Olivia Bergner hatte in den Matchplay-Runden mit ihren Gegnerinnen meist kurzen Prozess gemacht. Und auch im Finale sah es lange nach einem deutlichen Erfolg aus. Vier auf bei noch vier zu gehenden Löchern. Aber Paula Schulz-Hansen kam im Duell der beiden Freundinnen noch einmal zurück. Die Entscheidung dann auf der 17. Ich lag jetzt zwei da und hatte noch zwei Löcher. Also da dachte ich mir, ich muss jetzt die 17 gewinnen. Und dann wollte ich einen Dreiber über die Bäume hauen. Der ist dann aber fünf wieder zu weit rechts gewesen und dann war der halt weg. Und dann, ja. Eine Einladung, die Olivia Bergner nicht ausschlagen konnte. Mit 3 und 1 holt sich die 16-Jährige aus St. Leon Roth ihren ersten internationalen Titel. Ich bin sehr begeistert. Ich kann es noch gar nicht glauben, so richtig selbst. Das ist das größte Turnier, das ich gewonnen habe einfach und ist auf jeden Fall was, an was ich mich immer erinnern werde. Ja. Eine stimmungsvolle Siegerehrung war der Höhepunkt einer intensiven Turnierwoche. Mit den glücklichen Siegern und schon mit viel Vorfreude auf die Jubiläumsausgabe im nächsten Jahr. Die 10. IMT, dann im Golfclub Heddesheim. Die 10. IMT, dann im Golf Spendierwoche. Vielen Dank.